Sende ihnen eine Nachricht. Eine, die sie förmlich überrollen wird. Was war das jetzt für ein Geräusch? Wieder eine Windbühe? Schlimmer. Eine Lawine! Da kommt sie! Haltet euch fest! Ich kann mein Bett nicht steuern! Ich auch nicht! Die Lawine ist zu stark! Nein! 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 Meine Hand! Konzentrier dich, Kohn! Ich hab's geschafft! Jungs, ich... Ich hänge fest! Was mach ich nur? Was mach ich nur? Was du jetzt machst, Cole? Du gibst nicht auf! Wow! Cole, bist du das? Jetzt bin ich derjenige, der euch hilft! Du hast vom Schnee Besitz ergriffen Ja, ich schätze das hart Und jetzt haben wir einen Geist auf unserer Seite Es ist schön, dich wieder lächeln zu sehen